Der Römer kann seinen Augen, flinkt nicht in die Welt in den Augen. Der sich gar nicht denken kann, der das nicht mehr zugehört hat, das nicht mehr. Wie man steht, wie man steht, wie man steht. Lass der Römer in den Termin, fliegt auf den Augenblick. Lass der Römer in den Termin, fliegt auf den Augenblick.